wir sind hier immer noch auf dem mekong river am angeln und ja so was schönes sieht man nicht alle tage chapa 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 di da ist grandfather son es ist water sun water earth and the air for elements brothers and sisters and all buddhas all gods in this world ich meine was macht man wenn man an so einem wunderschönen ort ist außer den moment genießen und sag ich mal es euch mitzuteilen mit euch diesen moment zu teilen diesen moment zu teilen sowas zu sehen die götten in dieser welt in diesem lande sind stark auf dem roller zu fuß auch auf dem wasser und ja es ist wunderschön unbeschreiblich das ganze zu sehen und nicht hier überhaupt zu sein zu sein dafür bin ich dankbar ich bin dafür dankbar ich danke euch ich danke euch danke euch ja das mit dem angeln ist so eine sache wenn man kein fan ist von von kill go und ich meine ich mag es nicht leben zu nehmen und sei es von einem fisch oder von einer ameise ich tue es nicht gerne jedes mal wenn ich das tue habe ich einen klumpen im magen mir wird schlecht mir wird schlecht davon eine seele ins licht schicken zu müssen mich selber dabei damit zu ernähren oder unachtsam nicht in der achtsamkeit zu sein um schaden anzurichten das ganze leid endet bei mir ja es endet bei mir und äh so soll das ja auch irgendwo auf bei anderen sein äh der mekong river mekong river and my gods who i meet in this country you drinking a little bit beer laos beer and lao beer lao beer lao beer yes and it's nice time for drinking a little bit beer but i mean uh i don't drink beer i eat bread don't drink bread i mean one beer seven beer is a one big bread 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 yes frieden herzen frieden der welt aus dem grund ähm spaß egal was man tut man sollte spaß dabei sein man sollte im frieden sein man sollte ähm wie sagt man ähm im frieden sein achtsamkeit fühl die hände fühl die füße kontrollier oder nicht fühl dich frei bei dem fühlen fühl das was du fühlen willst und nicht denke das was du denken willst wenn du denkst was du denkst dann denkst du du weißt nicht was du denkst weil du weißt nicht mal was das ist was du denkst und von wem das ist da sind wir schon wieder bei der ähm sag ich mal unsere wahre natur was können wir was wollen wir was fühlen wir wer sind wir was sind wir wo kommen wir her wo kommt das licht in uns wo kommt es her das ist hier die frage und wenn wir dann so ein place noch mal anschauen ich sage mal i love i love i love i love mongolia i love china i love laos i love all asia all asia countries i love why weil sie alle in der achtsamkeit sind und alles wir alle sind in der achtsamkeit bloß der eine leugnet seine naturen der eine nicht der eine steht dazu der andere nicht und was kann sag ich mal das ganze ändern das ganze ändern hände fühlen und mal nach innen schauen wenn wer den weg nach innen nicht kennt ich kann euch gerne behilflich sein und viele andere auch in zusammenarbeit miteinander für einander für den frieden für die glückseligkeit für die liebe für die freiheit für das licht in jedem einzelnen lebewesen auf diesem planeten für jeden einzelnen gott wird doch eine zusammenarbeit möglich sein in frieden um gegenseitig voran ähm sag ich mal nicht voran ja dahin bringt wo man das ziel schneller erreicht welches ziel erleuchtung erleuchtung jetzt wieder eine neue frage was ist eine erleuchtung bestimmt nicht ein und eine untersehende eine untergehende sonne eine untergehende sonne mit einem wunderschönen baum ist es auf jeden fall nicht am mekong river das ist nicht die erleuchtung das ist ein wunderschöner moment moment und gleichzeitig und gleichzeitig eine illusion illusion eine illusion warum weil auch dieser moment vergänglich ist jetzt hat er wieder was erwähnt er hat wieder was erwähnt vergänglichkeit was ist eine was ist vergänglichkeit bei fragen call me or write a message or comment yes vergänglichkeit ich live in the moment and feel the feeling and feel all this what i what i have around me and around me i have a nice place nice buddhas ja friede im herzen friede in der welt und das ist ein bild ich lade euch alle herzlich ein besucht mich und lernt euch aufs neue kennen